ich frage einfach nicht ich frage einfach nicht ich frage einfach nicht wir sind ja mittlerweile alles in der gruppe das vergisst ein sei gerne mal da pflanzt ein raketchen hin das kleine ding vor allem beeiligt das wird nach hinten schön markiert jetzt guckt er sich nicht mal das geile gerät an das ist ein arsch seine rakete full 80 90 ohne das ist nicht ja es wird gerade alles ein bisschen kritisch ja dann ist es dunkel und die mobs spawnen ja 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 lleicht Kirk warte auf mich ich spiele bisschen schneller als du könnte es sein ja ich bin auf der Skate weißt du was ja was uncle sieht da hätten ja wir wollten erst mal zum mond zurück oder wie wärs denn wenn wir uns das nächste von der space station bauen 32 tin ingots 24 iron ein advanced wafer und 16 aluminium ingots wie kannst du das machen du brauchst das nur im inventar dann wird das automatisch gecraftet und ich habe die ganzen ressourcen sogar ich glaube ich bin dann erstmal zu wenig also ich gehe jetzt erstmal zum mond erst warum alles wieder nachzufüllen aufzutanken und eventuell ein bisschen viel herzustellen so viel haben wir dann auch nicht mehr so und ich lande wo lande ich auch hinter der base da kann ich da das und das das und das ist jetzt direkt zum nächsten planeten wo kommst du runter wo kommst du runter tyrox oder bist du schon gelandet tyrox da hinten ist er ne ich kümmere mich jetzt erstmal um die diese diese komischen ja die komischen ok hier sag schon diese 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 wags oder wets wie sind die keine ahnung da haben wir doch schon das fett das ist fett das ist fett ja aber wir wollen ja ein bisschen öl herstellen hier ja ich bin bescheuert wieso platziere ich die dimensional chest wenn wir hier schon eine stehen haben bei uns in der base ähm oder naja das und das nachfüllen warte ich platziere das erstmal wieder hier das 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 ja strom kriegen sie das heißt ich kann den stern dort drinnen lassen das 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 kann auch raus ähm da hin da 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 hin der spaß kommt hier auch rein die lade ich jetzt auf die lade ich jetzt auf das essen kann dort und nein mein büchlein kommt raus das oh my god das das okay kann auch so machen warum auch immer hatte ich nicht irgendwo noch so ein questbuch ja da kann sich auch fünf neue geben gar kein wort aber erstmal so eine frage wie kommen wir denn eigentlich die vier weiß ich nicht fünf oder so paketen ich glaube das gibt es gar nie in dem notpack muss doch aber ne weil die planeten ja rot gebrannt sind also die sind gesperrt ah ne warte mal stimmt ja warte mal das sind doch alles warte mal was ist saturn jubile jubile ja 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 gott schnee jetzt habe ich aus versehen ach alter ich dachte doch 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 warum brummst man zu bleiben ne kiste keine ahnung vielleicht mag er kisten ja sehen ey warte mal das ist tyros juniors läuft bei dir hab ich dich aber nicht erzogen mein freudel ach man üben von heute echt die traut sich was die traut sich was ne klimmer so richtig hart in den neun naja ich führe mich jetzt erstmal um die welt hier weißt du und ähm ach die wet warum heißt das bot dich auf deutsch warum heißt es auf dort warum heißt es auf deutsch sportig keine ahnung vielleicht aus dem ostfriesischen und nein kein bock oh gott warte mal vor dich treibstoff puzzle puzzle hier geht es aber gut ja also mit ein mit hans und es wird mit hans und herr gerät wie das also sauerstofftank sauerstoffompressor ich brauche so verkackten stern wie komme ich an so verkackten stern ran jetzt raste ich aber langsam aus ich stecke fest in der truhe okay gesundheit da habe ich schon ja du hast doch nicht so unrecht wie komme ich also was gibt es hier bitteschön merke mercury iridium erz okay ich brauche kein ernst ich brauche so ein super bilderswand zum glück du hast kein bilderswand genommen wenn wir die vibran kapazität bank gecraftet haben gibt es drei vibran kapazität banks ein super bilderswand und dann kannst du dir zwischen energie leitung welche aussuchen aber ich brauche so einen verfickten stern hier gibt es ein ja gut das dauert bis wir da sind hier gibt es den nächsten da gibt es wieder es und da gibt es nur das ich brauche aber ein ich habe nur einen toten wie viel von dem hammer drei stecks he scheiße ja was nun ach so genau warum brauchst du eigentlich nether stern quest was für eine quest das ding kannst du nur mit einem nether star craften und warum brauchst du den stern hat office war weil du dort in der quest weiterkommt und kriegst einen stern um die nächste quest zu machen ich brauche einfach nether star und gut aber was für was für eine quest den nether stern brauche ich für hard of a star das ist stars alien ja so und da brauche ich den nether star damit ich in der mitte die quest machen kann damit ich dann hoch zum helm beziehungsweise runter zum star 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 komme um an den gelben stern zu kommen damit ich weiter in den nächsten kommenden quests machen kann ich brauche diesen gelben stern halt Alles klar, wir könnten auch einfach knackwader machen Und auf Venus können, ne? Das weißt du Ja, da wollten wir ja eigentlich erst hin Aber du bist ja dann kurzerhand auf den nächsten Planeten, der da war So hast du item in 4 geflügt What the fall Jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich hier nicht falsch mache Bleib hier So Lass mich mal hier runter So Warum brauche ich jetzt schon wieder Sauerstoff, maaaannn? Weil du der Tyrox bist Weil's scheiße ist So Genau Machen wir das so So Und dann gehen wir einmal hier dran Wie ich das einfach hasse Ähm Ey, warte mal Äh, hier Bei Stargate, ne? Ja Da gibt's ja... Ähm... Das wär doch eigentlich... Ne, warte mal bestimmt gar nicht... Ist egal, ist egal, ist egal... Okay, wenn du das sagst... Naja, ist einfach egal, okay? Vergess es einfach Ja Nö Nö Will ich mich verarschen? Ja 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 Einfach ja 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 Bitte hilf mir Ja Nö Zulieb Haha Oh mein Gott Äh... Das brauchen wir nicht mehr Das brauchen wir nicht mehr Das kann erst einmal weg Weißt du Tyrox schon, der euch töde dich gleich Was macht denn der arme Kerl? Er poppt die Kiste Äh... Töte es Bitte Haha So... Und... So... Und das weg Und das weg Und das weg Läuft... Perfekt... Ach ja, gut, okay, das heißt, wir müssen halt wirklich erstmal zu Pluto Das ist ne Scheiße, ey Nein Alles klar, rip meine Ohren Äh... So... Wieso haben wir den... Ach ne, das ist was ganz anderes Was brauchen davon jetzt alles Strom? Das nicht Das nicht Das... Das auch nicht Das auch nicht Wir brauchen nur eben was Strom Läuft Wieso baue ich das dann... Äh... Wieso baue ich das dann so beschissen hier hin? Das war der, der Strom braucht Ja So Das Das... 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 Und das... Das... Und das... Und der ist nicht voll Läuft Ich bin so schwer lastig... So schwer lastig... So schwer lastig... So schwer lastig... Ähm... Ähm... Ein Das... Ein Das... Ja... Das... Und warum zieht der hier schon wieder eine Strauß der Arsch? Ja raus, so, oder so. Da und Fe hatten wir da. Jo, ähm, palim palim palim. Nein, nein, wieso, wieso hat die hier einen Blueprint Projektor, wenn der eigentlich oben hingehört? Will ich das mal eben erklären? Hat die den nicht draußen schon oft gebaut? Ne. Hä? Ich habe unten einen Raum für den scheiß Blueprint Projektor gebaut. Warum setzt sie denn wieder dort hin, wo der die ganze Base vor uns steilt? Mann, kriegt die auch was auf die Reihe, die Frau? 2, 4, 5, 2, 4, 5. So. Und nicht anders. Was? Wenn ihr das jetzt das nächste Mal wieder umbaut, ey. Ich mach das doch nicht umsonst hier so schnieke. Äh. 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 Ja. Genau. Also Terx? Mh. Auch schon Fuel? Ne. Warum? Weil ich immer noch auf meinen Eisen war. Äh. Dann können wir doch bei uns was holen. Wir haben hier 3 Stacks noch drin. Wir haben da schon durchgebrannt. Na, ich warte bis es durchgebrannt ist. Naja. Ich will aber, dass es durchgebrannt ist. Ich will aber, dass es durchgebrannt ist. Ich hab doch hier schon durchgebrannt ist. Ich möchte aber, dass es durchgebrannt ist. Boah, Terx, Alter. Guck. 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 Gut, das war's erstmal mit der Folge jetzt hier. Die geht auch schon eher zu lange. Musik 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 Nostate is the dance floor, but it never...